Zum Schluss unserer heutigen volksmusikalischen Wunschsendung, liebe Zuschauer, gesellen sich jetzt zu den drei Schweizerörgler aus dem Bündnerland und zum Bassgiger aus dem Zürichbiet noch zwei Blöser, die im Innerschweizer Stil aufspielen, nämlich Hans Arecker und Carlo Brunner. Es gibt immer wieder Volksmusikfreunde, die nur die eine oder andere Richtung, den oder diesen Stil gelten lassen, die nur für die Innerschweizer Musik oder nur für die Bündner Musik sind, aber die aktiven Musikanten, die jetzt zum Schluss noch dran kommen, erbringen ihnen den klingenden Beweis dafür, dass eine Harmonie und eine Toleranz durchaus möglich ist. Wir hören ein Stück vom Kasi Geisser, einem Altmeister, dem die Schweizer Volksmusik sehr viel zu verdanken hat, ein Mann, der vor 35 Jahren zwar immer von uns gegangen ist, dem seine Melodien aber weiterleben, wie zum Beispiel der Stubbete Schottisch. Musik 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 Applaus